Also entschied ich mich, als Schlichter des Gesetzes und Verfassers von Verträgen in der Regierung meines Landes aufzusteigen, und habe mich so für die Vollstreckung von Gerechtigkeit einen Namen gemacht. Während sich mein Einfluss und das Vertrauen meiner Leute entwickelte, hatte ich meine Entscheidungen schon längerfristige Ziele im Auge. Fahrt fort. Was meine Mitbürger nicht vermuten konnten, war, dass ich in unseren Regeln bereits die Essenz von Kurs Gesetz gewebt hatte. Ich habe die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass unser bebeuteltes Land vom Oberherrn erobert werden konnte und sich dem Reich anschloss. Zu der Zeit, als sich die Armeen des Oberherrn zeigten und ihre Kapitationsbedingungen präsentierten, haben wir bereits Kuros Frieden in allem außer dem Namen nach angenommen. Unsere Integration in das Wortreich war nur eine formale Angelegenheit, unbedeutete Änderungen in unserem bereits geliebten Gesetz. Die Leute betrachteten mich als Architekten des Friedens und nannten mich damals Thuner der Gerechte, da ich in ihrem Ansehen wuchs konnte, Kyron, also Kyros, nicht umhin von der Rolle, die ich in ihrem blutlosen Sieg gespielt hatte, zu hören. Kuros Gesetz steckt voller Feinheiten, die den Massen nicht zugänglich sind. Ich wurde ausverwählt, um den Willen des Romanen in Nordreich und darüber hinaus auszulegen und zu respektieren, als Richter. Es ist mein Stolz, meine Aufgabe, mein Leben. Was hat es mit eurer Maske auf sich? Mehr Unbeliebtheit? Ja. Das sollte für dich bereits offensichtlich sein, Schüler. Da die Antwort aber wichtig für deine Aufgabe ist, werde ich deine Ignoranz tolerieren und es dir erklären. Im Gesicht will mir das nur so von unkontrollierten Muskelbewegungen und Verzerrungen als Reaktion aufs Äußere oder Innere Einflüsse, krankmachend, wie es deutlich jegliche lächerliche Regung zur Schau stellt. Ich kann keine Audienz halten oder über ein Disput richten, ohne für alle klar erkennbar meine Subjektivität zur Schau zu stellen. Wie er sich gerade an den Kopf fasst. Als ich noch jung war, bevor das Nordreich sich in meine Lande ausbreitet, habe ich die Maske des Lachens aus hartem, gefühllosem Holz gefertigt. Dieser Ausdruck nachhaltiger Geduld lauschte der Aussage meiner Bittsteller und nimmt alle Beweise in sich auf, bevor die Belange auf angemessene Weise abgewegt werden. Steder schenkte mir Kuros höchst selbst die Maske der Entschlossenheit. Sie unterscheidet sich kaum von der Maske des Lauschens mit Ausnahme des Stirnrunzens, das Nachdenken und die Schwere der Last des Urteilsprechers symbolisiert. Das ist das Gesicht, das rechts spricht, weist es auf peinlich, genau und unnachsichtige Weise. Ich trug sie als Kuros verheerendes Urteil in der Bastardstadt verkündete und zweifellos werde ich sie wieder tragen. Gewährt euch die Maske der Entschlossenheit die Macht des Urteilsvermögens? Eine scharfsägliche Frage, es lege mit Sicherheit innerhalb Kuros Autorität mir die Macht zu verleihen, außerordentliche Taten zu verbringen. Aber nein, die Maske ist ein Symbol, Gerechtigkeit selbst gibt mir Macht. Eine objektive Entscheidung billigt sich selbst, um unglaubliche Wunder zu verfügen. Das ist mein Recht als reichhonte Gerechtigkeit. Wenn ich ein juristisches Problem erkenne, gibt es nichts, das ich nicht tun kann. Ich trug sie ja. Zurück zu meinen anderen Fragen, ich frage ihn nicht, wie er unter der Maske aussieht. Beruht das Amt des Schicksals mir das auf eurer Idee? Ja, indirekt. So wie ich Kuros gesetzt in ganz Teratus repräsentiere, bist du für das Gesicht meines Urteils. Ich nahm unseren Oberhand als Vorbild für meine Inspiration, so wie wir es alle tun sollten. Das Volk brauchte ein zugängliches Gesicht, um ihre Kümmernisse zu regeln. Und ich bin nicht verfügbar, um jeden Bauernstreit zu schlichten. Die Schicksalsbinder waren eine notwendige Lösung. Warum ist Neugier so ein Problem? Weil meine Vasallen nicht für ihre unabhängigen Gedanken ausgewählt wurden. Du bist ein Agent des Gesetzes und die Verstreckung desselben muss innerhalb genauer Grenzen vor sich gehen. Dein Verstand mag dir bei den vorliegenden Aufgaben helfen, aber dein unerschütterlicher Gehorsam ist von größerem Wert für mich. Ihr wollt eine stumpfsinnige Drohne? Ihr schmeichelt mir davon. Wollt ihr nicht, dass ich Kuros Gesetz aussehe, damit es in jeder Situation anwendbar ist? Ich verstehe euch, Hund. Nehmen wir mal das letzte, auch wenn das wieder Zaun bringt. Nein, es bringt Wissenskill. Selbstverständlich, aber pass auf, dass dein Verstand dich nicht von einem geradlinigen Pfad abbringt. Ich habe das schon erlebt und mehr als einen Schüler verloren, der sich über seinen Status wehnte. Überzeugt ist besser zu wissen. Was ist mit diesen Schülern passiert? Jedem, der seine Grenzen überschreit, wird die Möglichkeit gegeben, seinen Weg zu ändern. Diejenigen, die meine Warnung nicht beachten, verachten Kuros Frieden und werden entsprechend behandelt. Bläden Mark wahrscheinlich. Der Zweck des Gesetzes ist es, den Maßstab für andere zu setzen. Obwohl ich den Schicksalsbindern viele Freiheit gewähre, bist du dennoch untrennbar an Kuros Gesetz gebunden. Wenn du diese Leine bis zum Zerreißen spannst, wird das kein gutes Licht auf dich werfen. Zurück zu meinen anderen Fragen. Ich habe keine weiteren Fragen. Dann mach dich auf den Weg. Tonum war bestürzt über deine unehrliche, chaotische Art. Tonum wusste, dein ordentliches, gerechtes Verhalten zu schätzen. Naja gut, zwei geht noch. Wie sieht es bei den... Bei Ash sieht es schlecht aus. Ne, was stimmt, ist mir wurscht. Bläden Mark geht noch. Sturm, das ist das Schwert. Sonnenland, sie sieht gut aus. Grabbogen, Geisterbahn, hält standhaftes Anzeichen und Beherzter. Sirin, die beiden brauchen auf jeden Fall noch mehr Loyalität. Bei Berwick müsste ich irgendwann mal einen Loyalitätssprung machen. Lyra ist schon voll an Loyalität. Die wollte ich eigentlich auch Furcht trimmen. Scharlachotter Chor, Geschmähte sind gut. Ungebrochene hassen mich schon ziemlich. Und weiter komme ich irgendwie nicht. Gelder der Weisen. Naja, komme ich natürlich nicht, weil... Ich habe halt Entscheidungen getroffen, die den Ungebrochenen nicht so aufgestoßen sind. Gelder der Weisen ist gut. Brauchst du eine Bruderschaft? Die hassen mich hingegen schon vollkommen. Vendrian Wache. Eisengebundene. Vendrian Wache hätte ich auch voll kriegen können. Dafür sind die Eisengebundenen... Ach ne, die Eisengebundenen sind hier. Die sind mir Loyal. Und Lädchens Kreuzung. Den müsste ich dem Geisterbahnhelm einfach mal demnächst zurückgeben. So. So. Da müsste ich mich hinporten. Da kann ich einfach hinreisen. Also zum Zacken Maulschrein. Ich hätte aber auch gern noch das Gebiet hier erobert. Und ja, das hier ist auch lila. Also gehört das auch den Geschmähten. Oh, hier sieht es hübsch aus mit den Kristallen. Na, die Map ist nicht gerade groß. Und es ist ziemlich einsturzgefährdend. Sie geht es steins. Ja. leichter meines korps mitglieds da sind kettis und radix eisenkern zwei eisenbarn nicht schlecht nicht schlecht rot muss wickel der nix bringt und ein betäubungsmittel da oben geht es einfach nur weiter und da drüben geht es auch nur wieder weg schicksalsbinder der sorgat grüßt sich dem er seine faust gegen seine eisenrüstung schlägt leutnant kettis steht zu diensten er leute mit dem daumen der einen handschuh vor erstaunen blut steckt auf den berg vom mann hinter sich du wirst ihn nicht dazu bringen es zuzugeben aber radix ebenso für dich immer noch kommandant eisenkern kleiner bruder und auch für dich schicksalsbinder die elite wache wirft dir einen stillern im blick zu ohne zu grüßen verzeihen wenn ich keine zeit für plauderei und höflichkeit habe befinden wir uns auf einem feld so von höchster wichtigkeit du verstehst das gewiss kettis freust man sich mit einem geräusch das halb bürgen halb lachen ist erschien schlutriger halb abachtstellung eine hand bequem auf dem heft eines schweres abgestützt ich entschuldige mich in aller bescheidenheit für unsere für uns beide aber wenn du mir die frage erlaubst was führt dich in diese gegend er weist mit einer kopfbewegung auf die steinlandschaft hinter sich hübsch ist es sicher aber lass dich vor den hohen gipfel nicht täuschen dieses land ist gefährlich erschafft mich geschickt um bei euch um bei euren bemühungen zu helfen eure stellung im steinmeer zu festigen würden wir es verraten ich dachte ich würde noch ich würde noch ein wenig mehr ärger sorgen hier angefangen seid ihr zwei verwandt ne erstmal wo furchtbar töte den schatten du kommst also nicht ohne grund die eisenwache richtet das erdrückende gewicht ihrer aufmerksamkeit auf dich verstärkt durch magie und höchste entschlossenheit nach einem kurzen Augenblick weicht etwas intensität aus seinem blick und er nickt als wäre er zu einer unausgesprochenen entscheidung gekommen ich wäre nahe die hilfe eines schicksalsbinders abzulehnen besonders wenn es wenn er deinen ruf hat ich werde jede hilfe annehmen um dich mit meinem um dich mit meinen erdhexen in heufelsen zu vereinen und das fort zu verteidigen dass sie um kerns überreste herum errichtet haben was der kommandant sagen wir wir freuen uns über deinen besuch kettis grunst und wirft seinem bruder einen strengen blick zu nach heulfelsen zu kommen ist der leichte teil nur war es nicht so leicht wir wurden von truppen des chaos überfallen und vom bestien die einen schneller aufschlitzend als man blinzeln kann blutrüstige hundesöhne sage ich dir ich habe gesagt dass ich komme um euch zu helfen das heißt aber nicht dass ich bereit bin gegen den chor und die tier menschen auf einmal zu kämpfen ich fürchte weder menschen noch tier ich schlage uns eine schneise nach heulfelsen ganz egal wer uns im weg stimmt ihr habt eine basis um kerns überreste herum errichtet natürlich kern zu sich haben wir unsere oberste priorität glaubst du wir würden zulassen dass diese wilden ihnen die finger kriegen oder noch schlimmer der chor wasser was kannst du mir über kerns ableben sagen nur dass ich gehört habe er ist noch gar nicht tot und das meine ich wie ich es sage man kann ihn nachts hören wie er schaudert und stölt wie der wind der durch die berge pfeift er verlagert sein gewicht wegen der last auf der last der schweren rüstung die airtexten können dir am besten sagen warum sie ihn behandeln hat warum sie ihn behandeln am leben halten es ist experimentell nicht restaurativ wie versichere dir wie ich es schon versichert habe es dient rein der untersuchung und dem wissenschaftlichen fortschritt wir können noch viel wissen und macht aus unserem vorvater aus unserem vorvater ziehen warum hat kern wohl seine befehle verraten der geschmieden offizier reibt sich mit der hand über das genieck und antwortet nicht warum tut das überhaupt jemand erzeugt mit den schultern die welt ist voller laster die einen soldaten verführen können schnapps bordelle glücksspiel erd magie muss eine verdammt starke droge sein um ein archon von seiner pflicht von seiner pflicht wegzulocken sie sind voll doch nicht so übermenschlich so ich habe mal das obere genommen dass ich mich einfach mal durch die tiermenschen und die in kor durchkämpfe das höre ich gerne er zieht behende sein schwert geht in die knie und ritzt eine einfache karte den schlick bedeckten boden der stellste weg führt durch die steinfallklamm wobei es dort natürlich von kurs oder an und tieren wimmelt schlag um seine schneise und wir folgen dir auf den fersen erneigt den kopf um dir glück zu wünschen wenn du uns unversehrt ans ziel bringst benennen benenne ich mein breitschwert nach dir wir werden so viele von ihnen erschlagen dass man schon bald eine rüstkammer nach uns benennen wird ich werde durchaus dafür dass noch ein paar schwerter mehr im umlauf sind die berg heißen es gibt leute die waffen nach dir benannt haben die gibt es tatsächlich der kohorte die mir durch ganz aus durch ganz apex und das unbeirksame land gefolgt ist gefiel es wie ich mich in der schlacht schlug ich bin groß genug um breitschwerter zu führen die andere unhandlich finden sie banden zur nicht ertüchtigung gewichte an ihre übungsstilbe und begann die ihnen zu geteilten klingen nach mir zu benennen er wird plötzlich niedergeschlagen ich kann mir aber vorstellen dass die meisten dieser klingen im edikt der stimme verloren ging oder zerstört wurden ich habe zu viele freunde und zu viele zu viel von mir selbst in den ruinen des alten unbeugsamen landes zurückgelassen ich breche auf steinfallklamm freigeschand ich kann dir nicht genug danken du weißt nicht welchen unterschied das macht wir bereiten uns für den abmarsch vor kehl schlägt sich zum abschieben mit der fass gegen die brust wofus wenn du uns brauchst aber verlass dich nicht darauf dass wir den dass wir dir den arsch retten unsere pflicht besteht darin die airtexten zu beschützen wir werden also ein wenig hinter dir reisen schicksalsbinder solltest du vor uns eintreffen und das wirst du vermutlich so benötigst du diesen code das sigil von kerns vergessenen namen um in das lager zu gelangen pass gut auf das ist ein kompliziertes sigil der meister der airtexten zeichnet das sigil ruhig mit den fingern der luft vor obwohl es jeden augenzeugen wie ein mächtiger zauber erscheinen muss verleitet der zeichen keinerlei magie sondern nutzt stattdessen das so nutzt stattdessen als kurierte kommunikation für das geht den wachen vor dann wissen sie dass dass du zu uns gehörst